Hallo, ich möchte euch meinen neuen Tanz vorstellen. Er heißt Lips are moving. Die Musik ist von Meghan Trainor. Der Tanz hat 32 Counts, 4 Wände, ist für Beginner bzw. Fortgeschrittene gedacht. Beginnen wir mit der ersten Sektion, die ersten acht Counts und Cross, Back, Side, Step, Step, Halb, Turn, Shuffle, Turn. Die zweite Sektion mit den nächsten acht Counts, Back, Rock, Shuffle, Vor, Rock, Step, Back, Step. Die dritte Sektion, die nächsten acht Counts, ein Cross, Turn, Back, Rock, Cross, Turn, Back, Rock und die letzte Sektion, die nächsten acht Counts, ein Step, Viertel Turn, Cross, Shuffle, Side, Rock, Samba, Across. Nun noch die Taktung und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht, eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht, eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Viel Spaß beim Ausprobieren!